Musik Wir stehen im Hückel Kraftwerk Berg Esbrich mit 10 Megawatt PV und ca. 24 Megawatt Windleistung, das aus wirtschaftlichen Gründen einen gemeinsamen Netzanschluss nutzt. Trotz unterschiedlicher elektrischer Netzvorgaben für den Windpark und der Sonaranlage konnte ein gemeinsamer Netzanschluss realisiert werden. Berg Esbrich als Hybridprojekt zu planen und die Synergien und Komplementarität von Wind- und Solarenergie auszuschöpfen, hat die Umsetzung erst ermöglicht. Verschiedene erneuerbare Energientechnologien gemeinsam zu denken und zu realisieren, ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft einer erfolgreichen Energiewende. Musik Die Stärke der BayWay RE-Gruppe liegt darin, dass wir sowohl im Solar- als auch im Windsektor breit aufgestellt sind. Nur durch die enge Zusammenarbeit der Teams war die Realisierung dieses Projektes möglich. Innovative Ideen vorantreiben und verwirklichen ist unsere Motivation und unser Ansporn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020